Eine Kraft beschleunigt einen Tennisball von 55 Gramm in einer halben Sekunde von 0 m pro Sekunde auf 50 m pro Sekunde. Frage, wie groß ist diese Kraft? Hier die Angaben. Die Masse M von dem Tennisball beträgt 55 Gramm, d.h. 0,055 Kilogramm. Die Zeit T beträgt 0,5 Sekunden. Die Anfangsgeschwindigkeit V0 beträgt 0 m pro Sekunde und die Endgeschwindigkeit V beträgt 50 m pro Sekunde. Gefragt wird die Stärke der Kraft F, die wir in Newton ausdrücken. Dazu nutzen wir selbstverständlich das Grundgesetz der Dynamik F gleich M mal A. M ist bekannt, A aber nicht. Aber je nach diesen Angaben können wir diese vereinfachte Formel einer GGBB einsetzen, denn die Anfangsdistanz ist 0 und die Anfangsgeschwindigkeit auch. Legen wir los. Da V A mal T ist, muss A V auf T sein, also 50 geteilt durch 0,5 und das macht genau 100. Die Beschleunigung A beträgt also 100 m pro Sekunde. Und jetzt setzen wir diese Formel ein, F gleich M mal A. M beträgt 0,055 und A beträgt 100. Und so finden wir als Stärke dieser Kraft F 5,5 Newton. Und das ist auch schon die Endantwort auf die gestellte Frage. Okay.